Moin Leute und herzlich willkommen zurück im Rumble Universum. Ich hatte gerade die Runde meines Lebens, Action von Anfang bis Ende, richtig geilen Loot gefunden, richtig gutes Timing in den Campen gehabt und habe die Runde nicht aufgenommen. Also habe ich mir gesagt, gut, ich starrte OBS jetzt und guck mal, ob ich so eine Runde nochmal hinkriege. Also die war echt der Shit. Ihr scoret kein Loot auf dem Dach? Doch, jetzt kommt es. Nehmen wir erstmal die Goldene mit. Oh, nice. Was haben wir hier? Toll. Das ist ja... Ich bin total amused. Das ist ja das Beste, was ich hätte kriegen können. Absolut zufrieden. Nicht. Kein Hup, ein Schläger. So, auf dem Tower werden garantiert einige gelandet sein, obwohl ich sehe gerade gar keinen. Wir gehen mal rüber und schauen mal, ob wir was Gutes finden. Ah, da ist ein Gegner. Oh, ich habe mein Dings verloren. Es gibt nichts Besseres, als jemanden abzupacken, der gerade gespawnt ist. Wir haben noch kein Buch. Wir könnten jetzt richtig Probleme kriegen. Das Buch zu lesen lohnt sich jetzt nicht. Aber, so wie es aussieht, könnte ich ihn von der Dachkante schubsen. Ja, Hammer. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ja, da ist er schon wieder. Ah, Mist. Ich sag mal, was so nice ist. Er flüchtet. Na, na, na. Hier geblieben. Was halt so richtig nice ist, ist, man versaut denen ja wirklich die gesamte Runde. Ich meine, wie lange geht die jetzt? 2 Sekunden. Und wenn ihr dann K.O. bist, ist das halt richtig ärgerlich. Ich ärgere mich da auch jedes Mal drüber. Passiert mir ja auch manchmal. So, was haben wir denn hier noch an Loomit? Haben wir hier überhaupt noch was? Irgendeine Kiste noch nicht geöffnet? Die hier in der Nähe ist? Nö. Hier das Hähnchen können wir noch einstecken. Sonst gibt es hier heute gar nichts. Ne. Kommt, da können wir... Da bringt uns aber nichts. Das müssen wir irgendwie noch auf den Kopf jumpen. Das wäre halt richtig geil, wenn hier noch unten einer langlaufen würde. Das war tatsächlich in der Runde, in der ich gewonnen habe, so meine Haupttaktik. Ich bin immer oben lang gelaufen. Und bin den Leuten von oben einfach auf den Kopf gesprungen. So, da waren wir schon drüben. Kiste. Die ist ein bisschen weit außerhalb. Da haben wir noch eine Kiste. Da haben wir auch noch einen Spieler. Halt mal. Mal gucken, was drin ist. Entschuldigung. Das ist meins. Ah, jetzt kommt er uns hinterher. Will eindeutig Stress haben. Wo ist er hin? Da vorne. Oh, ne, ist ein anderer. Macht aber nichts. Hat nicht funktioniert. Schade. Zone verkleinert sich. Komme ich da noch hoch? Nein. Ich bin nicht hochgekommen. Au. Okay, da geht's ab. Da hat einer richtig kassiert. Ist K.O. gegangen. Streiten die sich ums Hähnchen? Nein. Oh, schnell weg hier. Ich bin ja so ungünstig gelandet gerade. Ich muss mich erstmal weiter ausstatten. Ich brauche noch ein paar Bücher. Zumal das, was ich habe, ist absoluter Schmutz. Nehmen wir mit. Hähnchen. Nehmen wir auch mit. Oh. Jetzt müssen wir natürlich was finden. Ach, das war der... Ja! Ne, war nicht daneben. Hat getroffen. Ja, zweimal gut kassiert. Oh, ne. Das war jetzt nicht gut. Jetzt haben wir ordentlich einen abgekriegt. Ah, sie ist. Sie ist. Scheint nicht gut Leben zu haben. Oh, ausweichen. Ausweichen. Nein, 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 nein. Kacke. Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht noch klappkriegen. Das war daneben. Nein. Oh, scheiße. Die kriegt uns weg. Die kriegt uns weg. Aber wir haben eine Second Chance. Oh Gott. Ab ins Universum, ey. Junge, was machst du mit mir? Ein bisschen übertrieben, oder? Das ist unglaublich. Hier oben. Du musst nur auf den Augen auf den Augen und sagen, nicht heute. Nein. Oh, die hat uns so zerschmettert. Da war ich ein bisschen übermütig. Scheiße. Das kriegen wir besser hin. Das kriegen wir besser hin. Ich hatte eine so eine geile Runde. Das muss nochmal gut werden. Definitiv. Nochmal. So. Ich finde halt immer, wenn man so eine richtig geile Runde hatte, dann setzt man sich danach selber unter Druck. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich zumindest setze mich dann immer selber unter Druck, weil ich so eine Runde nochmal haben will. Jetzt gucken wir erstmal, wo fliegen denn die anderen Bobos hin. Das sieht so aus, als ob hier keiner hin wollte. Gehen wir erstmal in dem Building runter. Da ist niemand. Perfekt. Beide Kisten öffnen. Ah, war ja klar. Geht nur einer auf. Das finde ich aber, hier so eine Runde gerissen kriegen. Nehmen wir mit. Ein Kistenöffner. Können wir gleich eintauschen gegen die Rohrzange. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Tauschen wir ein gegen. Bisschen HP ist in Ordnung. Ich glaube, hier war auch niemand, ne? Hammer. Ja, doch, doch, doch. Vom Gut her, das ist in Ordnung. So, ich bin ja schon voll mit meinen Taschen. Ah, drei Hähnchen reichen erstmal. Zweimal neben auch. Da habe ich schon zwei Bücher. Aber noch kein geiles Buch, muss man dazu sagen. Okay, hier haben wir nichts Gescheites. Das wird wehtun. Aus dem, ins Jenseits befördert. Das ist, direkt zwei Leute weg. Was haben wir hier noch? Da haben wir schon. Nice, nice. Ja, nee. Das gefällt mir. So kann die Runde weitergehen. Mal gucken, was wir hier auf dem Dach finden. Das ist halt so richtig ärgerlich. Die Runde hat gerade erst begonnen. Und wenn du dann direkt K.O. geschlagen wirst, ist das halt richtig kacke. Weil die Wartezeit hier auf eine neue Runde ist halt, ja, ziemlich lang gefühlt. Okay, brauchen wir nicht. Das nehmen wir noch mit. Da haben wir nichts bei gewonnen. Was ist das? Nehmen wir mit, warum nicht? Können wir uns auch noch reinballern? Okay. Sonst haben wir hier oben nichts weiter. Können wir so ein Hähnchen schmeißen. Sehen wir hier irgendwen? Ne. Dann snacken wir das einfach. Können wir hier noch irgendwen auf den Kopf springen? Das wäre jetzt halt natürlich der Shit, ne? Ich liebe das. So ein richtiger Batman-Move. Keine Sau hier. Oh, die Zone wird nach hier wandern. Da ist einer drüben. Was können wir denn schmeißen? Wir haben halt nur das Chicken jetzt, was wir entbehren können. Oh. Wir sind schon weg. Hier ist noch einer. Tauschen wir ein. Ein bisschen Ausdauer können wir auch noch mitnehmen. Wo ist sie hin? Ich wollte aber den letzten, würde ich gerne keine Ausdauer nehmen. Perfekt. Okay, jetzt können wir ein bisschen Action machen. Obwohl, wir könnten noch ein Liederbuch gebrauchen, ne? Wo sind die ganzen Bobos? Kann doch nicht sein, hier ist keiner. Da ist einer runtergesprungen. Aber hier unter uns ist halt niemand. Ich glaube, das ist Action auf dem Dach. Oh, wir sind Pummi da. Nehmen wir noch die Sterne mit. Oh, welcome to paradise. Was haben wir hier? Ach, die ist kacke. Oh, das ist ja ärgerlich. Aber die Sterne können wir mitnehmen. Haben wir unseren Superstar-Modus schon mal gesichert? Hier nehmen wir noch eine Kiste mit. Was haben wir hier drin? Nix. Wunderbar. Das hat sich gelohnt. Das ist schon mal ein Anfang. Den hätte ich jetzt fast verschwendet, ne? Und tschüss. Er ist schon tot. Er ist schon tot. Oh. War ich zu spät geschaltet? Oh, jetzt ist mein toller Space-Raum weg hier. Kommt der hoch? Oh ja. Okay. Drei haben wir die Stange. Und wieder runter. Oh, wie ich es liebe. Das ist halt der Shit. Schade, dass unsere Stange schon ein weggekriegt hat. Oh nein. Das Gebäude ist nicht mehr mit drin. Das ist ja schade. Wir haben hier noch irgendwas für Ausdauer. Ein bisschen schneller regenerieren. Ja, jetzt sind wir sowieso voll. Komme ich von hier da rüber. Und. Yahoo. Easy. Okay, wo können wir jetzt hin? Die werden bestimmt alle auf diesem Mega-Tower hier sein. Wir schauen einfach mal hoch. Die Zone wandert nach dazu, diesen Zwillingsturm. Ich habe gehofft, hier ist nur eine Stange. Warte mal. Ah ne, das war ja die Rakete. Oh, hier ist keiner. Okay, tauschen wir, snacken wir, zerstören wir. Oh. Tauschen wir. Snacken wir. Und dann können wir unsere angeschlagene Stange eigentlich gegen die Base hier tauschen. Da oben ist auch noch keiner. Oh, 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 oh. Das wird sexuell. Das wird... Sexuell! Boah! Nein! 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 Ach, komm schon! Oh, ich muss wieder... Wir hatten uns runtergeschmissen. Oh, 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 oh. Da müssen wir aus der Gefahrenzone. Das ist mir zu risky. Okay, wir sind einfach zu viele Leute auf einen Haufen. So, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Trefft ihr euch irgendwo? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Das war ja sowas von geil. Es kommt auch keiner mit hoch, ne? Das ist so geil. Hier, ich könnte den... Ja, gut. Wenn ich jetzt den Superstar-Modus nutzen würde... Ist hier natürlich keiner mehr vorne. Alle weggelaufen. Und rüber. Ach Gott. Diese Moves. Hat nicht gezählt. Kommt, die Dachkante. Okay, wir haben zumindest einigermaßen... ...gut equipped. Okay, ich gucke erstmal ein bisschen. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Das sieht aus wie Schmerzen. Verschwindet. Okay, das war scheiße. Haben wir, haben wir. Wie viele haben wir jetzt noch? Sechs. Oh, das ist ein bisschen viel. Ach. Das hier wird doch nicht. Guck mal, ich pass ein Hähnchen. Nein, warum ich? Wieso mich? Oh Gott. Okay, ich brauche nochmal ein Hähnchen. Oh, ein Glück sind wir noch gut ausgestattet. Aua, wie ist das denn passiert? Okay. Boom. Aber jetzt ein bisschen im Auge behalten. Ja. Der ist schon mal down. Komm, wieder mit rein. Wie viele haben wir noch? Vier. Vier ist immer noch so viel. Okay. Könnten gleich... Könnten gleich zu zweit sein. Jetzt sind wir schon mal drei Leute. Nein. Ah. Das ist so ärgerlich. Ja. Da bringt dir auch das Blocken nix. Autsch, 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 autsch. Nein, 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 nein. Nein. Ah, kacke. Win. Ah, in deine Mutter, Alter. Ha! 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 Das war eine lustige Runde. Rumbleverse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War ein bisschen spannend. Die andere war halt wirklich besser. Ich muss es ehrlich sagen. Aber sie war trotzdem gut. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Nicht verpassen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020